Herzlich Willkommen zu einer neuen Ära. Du musst da zusteigen, du Lappen. Ja, also wieder Together. Diesmal von meiner Sicht, weil Nils einfach kacker ist. Und da ist der Nils. Alter, ist halt mal die Fresse, Junge. Ich wollte epische Musik machen. Lol, okay. Also ich hab... Alter. Also ich hab ja letztes Mal so mega viele Bücher hier ein bisschen übertrieben gemacht. Ich hab dir nochmal 16 zugeschmissen. Ja, ich hab jetzt 26. Das heißt, es ist nicht übertrieben. Dann mach mal den Enchantment-Table jetzt. Ja, jetzt mach mal den Enchantment-Table. Weißt du, wie er funktioniert? Äh, wir brauchen Obsidian. Alter, wir sind übelst hoch auf unser... Davon haben wir's... Alter, warte, ich sag's dir gleich. Ähm, gar nichts. Das ist dein Ernst. Das ist dein Ernst. Das ist dein Ernst. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Obsidian. Ja, komm mal zum Millimitro. Warte, nur eins, zwei, drei, vier Stück. Okay. Alter, komm mal zum Millimitro. Komm mal, Dynamic Light. So, mach mal ein bisschen Licht. In meiner Miene. Damit auch die Würmer nicht durch dein Popo kommen. Oh doch, lass die. Nein, die sind doof. Ja, nur weil sie dich von innen auffressen. So. Der Niklas ist leider nicht da. Der hält sich nämlich an unsere Abmachungen, die Aufnahmen. Das finde ich super toll. Der wird lieber beim Freund fängen. Ey, ohne wie es die Musik ist grad voll episch. Mal ein bisschen leise. Oh, no. Okay, das war jetzt nicht allzu schlimm für die Aufmachnahme, was ich grad gemacht habe. Aber egal. Was hast du denn gemacht? Ich habe von Vollbild auf Fenstere gewechselt. Ich grab ab, du machst da weiter, okay? Okay. Ah, Spasti. Hey, Spasti. Hey, hey, hey. So. Alter. Jetzt, Junge. Komm weg da. Komm, Krimel. Jetzt mach doch mal hier ein bisschen, ein bisschen Fackell-Licht. Fackell-Licht? Ja, Fackell-Licht. So. Wie weit sind wir denn? Sind wir schon am Boden angelangt? Was machen wir eigentlich hier? Ja, einen Moment. Ach, da ist der Nils wohl. Kommt, der Bob. Ich war nicht stumm gestellt. Ach gut. Warum geht die Musik? Warum geht die Musik? Ich bin so weit. Spannender Bildschirm. Pause, Bildschirm. Übrigens, Sammy, ich, äh... Ja. Niki macht kein GTA-Licht. Ach, der hat GTA? Ja. Ach, Sammy, du bist so ein Schwach. Oh, Mann. Ja. Boah, wie ich's gekriegt hab, ne? Ey, was machen wir hier gerade eigentlich? Ja. Äh, Obsidian holen von unten. Ja, toll, hier ist ja so viel Lava. So, warte noch. Jetzt stopp. Auf der Höhe müssen wir stoppen. Ich kann übrigens auf der Minimap sehen, wo Lava ist, ne? Nur mal so. Nein. Nein. Warum? Lächst du mich da eine halbe Stunde? Ich geh jetzt Lava holen, okay? Okay, okay, tu das. Okay, tu das. Aber grad nicht irgendein Gang da durch die Quere, okay? Also, ich mach den Skript mal. Durch die Quere ist auch toll. Boah, Sammy, soll ich so eine richtig epische Mine machen? Ja, nein. Was? Warum denn eine Mine? Warum denn? Boah, die Aufnahme fängt gut an. Ich hab Laps lachen. Warum ist jetzt schon wieder Nacht? Die kleine Kanackensaft-Penistüte. Was? Das ist voll kurdisch. Was? Besser? Verstehst du es jetzt vielleicht? Soll ich nochmal wiederholen? Hast du es jetzt verstanden? Ach, ja, sag das doch gar nicht. Ja, hab ich doch gesagt, ey. Ja, tut mir leid, hab ich nicht verstanden. Ja, Mann, das muss man merken. Es muss Lava. Hol doch, ich dachte, du siehst. Ja, hol doch. Ich dachte, du siehst das. Ja, ich hab Eisen. Toll. Super. Alle, wie viele Kühe hier sind, ey. Ja, nimm mit. Leder kann man mal brauchen. Aber so ein Babyzombie folgt mich. Oh Gott. Alter, das sieht voll geil aus hier nachts. Oh Gott, der Babyzombie wird... ...durch die... ...penetrieren. Also, Sammy, ich werde jetzt GTA let's playen. Okay. Du wirst jetzt GTA let's playen. Für PC, wenn es rauskommt. Wenn es rauskommt. Ja, toll, wenn es rauskommt. Ja, wenn es rauskommt sollte. Vielleicht gar nicht, das weiß man ja nicht. Das ist doch toll. Das ist doch super. Das ist ja super praktisch. Wenn es kommt, dann... Warum? Ganz im Ernst, ne? Wieso entwickelt man so ein geiles Spiel und bringt es dann halt für PC raus? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die von Rockstar sind irgendwie alle Konsolieros. Und keine Ahnung. Die sind gegen PC irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das ist toll. Das ist logisch. Das macht Sinn. Es macht total Sinn. Aber da das Spiel auf der Playstation in einem bestimmten Key-Schrieb ist, der auf Computer auch verwendet wird, geht mal davon aus, dass es auch Computer auskommt. Nein. Nein. Ganz einfach. So. Ein Obsidian habe ich. Ich habe schon fast was gefunden. Echt? Das finde ich ja toll. Hey, wie kriegst du Obsidian? Ich habe erstmal nicht den Timer gestartet. Das ist ja professionell. Hast du die ja Spitzhacke? Ja. Ach so, hattest du noch dabei. Ja. Ich mache jetzt Lava mit Holz zu. Das ist bestimmt gut. Das ist Spitze. Das ist Spitze mit einer Hauch von Garzellensirup. So, jetzt habe ich viel Obsidian. Das reicht. Mehr will ich nicht. So, jetzt geht es ab wieder. Ab ins Bett. Scheiße. Fuck. Was? Ich habe Sandmännchen verpasst. Das ist so schwarz. Diamanten. Diamanten. Sag nochmal Sandmännchen. Dann bringt es Glück. Sandmännchen. Hat deine Spitzhacke Glück. Ich habe eine ganz stinknormale Dia-Spitzhacke. Ah, okay. Ich auch. Ich bin schon Level 31. Ich auch. Ich werde gleich enchanten. Äh, ist deine Spitzhacke noch arg voll? Ja, die war neu. Ja, verzaubert auch die direkt. Ja, mache ich ja auch. Was glaubst du, was ich denn vorher habe? Lol. Spilletsche. Jetzt. Alter, der hat mich gerade voll gemobbt. Meine Päser, ey. Oh, der wird gemobbt. Ich finde irgendwie. Ja, solange du nicht gewischmobbt wirst. Haha, baddat, baddat, baddat. Was? Ich will eigentlich baddumms machen, aber das war leider eigentlich klar. Badda, badda. Baktat? Badda, badda, brot. Badda, badda, brot. Badda, badda, brot. Aufstrich. Also, die behindert sind, ne? Kann sein, dass wir seit der Aufnahme am Start einfach nur scheiße labern. Nein. Und wir nehmen da 10 Minuten auf. Das ist eine stolze Leistung, ne? Echt jetzt? Hast du einen Timer gestellt? Ne, aber ungefähr auf die Uhr. Das kam bei 2 Minuten. Und den habe ich zu spät eingesetzt. Haha, das ist auch toll. So. Boah, Sammy, ne? Ich habe meinen Sound optimiert bei FIFA, ne? Okay. Alter, du musst dir das mal anhören, ne? Das ist schon episch. Vor allem hast du meine Mannschaft gesehen bei FIFA? Ja. Nicht schlecht, ne? Nee, das ist scheiße. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, aber für den Anfang reicht es. Nein. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, du bist einfach nur kacke und stinkst nach Kurde. Hast du was gegen meine Mama? Mama? Nee. So, ich mache jetzt einfach hier so einen kleinen Raum. Der wird dann als Dekorationsfabrik in der... Meine Diasch-Sacke ist gleich kaputt. Ach, das ist ja toll. Das ist ja schön, wenn die kaputt geht. Das ist immer... Da hüpft das Herz nach unten. Ja, ist echt so, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich liebe Kies. Du liebst Kies? Nee, Kies. Ach so, Kies. Kies mit I-E-S-S. Das ist ja fast toll, ne? Das macht Spaß zum... Das macht Spaß! Das macht Spaß! Alter! Samy, bist du gerade daheim? Ja. Sag mal deine Koordinaten. Minus 335 plus 335. Ich habe einen Gang bis minus 890 gegraben. Geht ja eigentlich noch. Ist ja eigentlich ganz angemessen. Was gibt es denn da gerade zu lachen? Weiß ich nicht. Wenn er eigentlich legt, dann her. Aber es ist innerlich... Herf ist innerlich. Nein. Alter, ich habe gar nicht übertrieben, ne? Es sind ja fast nicht übertrieben viele Bücherregale hier. Kann ich ja ein bisschen verschwenderisch umgehen. Nee. Nee, wir haben zu wenig. Ja, da hast du eindeutig recht. Okay, ich verzauber jetzt mal, oder? Ist fertig? Ja. Ich habe Angst bei meinem Zauber. Ach komm, wir verzaubern zusammen. Ja, okay, nacheinander. Wetten, wir kriegen die größte Scheiße, die es gibt. Dann kriege ich so Effizienz 3 bestimmt. Das wäre geil.